Ein ganz kurzes Erklärungsvideo zu Multisim Live. Also wie ihr seht läuft Multisim Live im Browser, in meinem Falle Firefox, läuft aber auch unter Chrome und Edge müsste eigentlich auch funktionieren. Ich möchte auf ein paar Besonderheiten eingehen, insbesondere deshalb, weil Multisim Live standardmäßig sogenannte ANSI-Norm für Symbole benutzt. Das ist die amerikanische Darstellung von Schaltsymbolen und die widerspricht der europäischen bzw. deutschen, was dazu führen kann, dass man eben gewisse Bauteile nicht findet. Also erstmal ist das hier euer Schaltungssheet. Hier könnt ihr jetzt eure Schaltung aufbauen. Auf der linken Seite findet ihr ein kleines Menü mit allen möglichen Bauteilen. Also hier stecken jeweils Bibliotheken mit Bauteilen hinter und die könnt ihr jetzt eben einfügen. Ich zeige euch kurz die, die ihr braucht. Wir werden nämlich sehen, dass die ein bisschen anders aussehen, als wir es vielleicht erwarten. Das fängt zunächst mal damit an, dass wir eine Spannungsquelle brauchen oder vielleicht auch mehrere. Wenn ihr hier auf dieses Symbol klickt, dann seht ihr hier verschiedene Arten von Spannungsquellen. Wir gehen die jetzt nicht alle durch, aber wir sehen zum Beispiel AC Voltage ist eine Wechselspannungsquelle. AC Current ist eine Wechselstromquelle. Achtung, Stromquellen brauchen wir erstmal nicht. Und was wir jetzt meistens brauchen, sind die DC Voltages, das heißt Gleichspannungsquellen. Was man hier sieht, ist, dass das Symbol so gar nicht so aussieht, wie wir es kennen. Was eben daran liegt, dass Multisim-Standard mäßig ANSI Norm für Symbole benutzt. Trotzdem brauchen wir jetzt zum Beispiel mal eine Spannungsquelle, klicken hier drauf und positionieren die irgendwo in der Schaltung. Und wenn uns das jetzt nicht gefällt, dass das hier amerikanische Notation benutzt, dann machen wir einen Doppelklick auf das Symbol und sehen hier auf der rechten Seite ein Menü, was aufkloppt und können hier unter Symbol tatsächlich die alternativen Normen wählen. Wir in Europa, beziehungsweise in Deutschland, benutzen eigentlich das hier. Das ist eigentlich unser offizielles Normensymbol und wenn wir hier draufklicken, sehen wir, dass die Spannungsquelle jetzt aussieht, wie sie eigentlich aussehen soll. Also Spannungsquellen finden wir jetzt. Nächstes Element, was wir brauchen, sind Widerstände. Und auch hier ist das hier das Symbol im Amerikanischen für einen Widerstand. Und wenn wir hier draufklicken, sehen wir, dass es hier verschiedene Bauelemente gibt, zum Beispiel Kondensatoren, Spulen und eben auch Widerstände. Auch hier klicken wir drauf, fügen einen Widerstand ein. Und wenn wir auch hier sagen, hier gefällt uns das amerikanische Symbol nicht, sondern wir wollen das deutsche, machen wir das gleiche. Doppelklick drauf, gehen hier wieder in das Dropdown-Menü Symbol, oder Symbol besser gesagt, und suchen uns hier mit den File-Tasten, beziehungsweise File-Buttons, unser richtiges Symbol. Zack, haben wir einen Widerstand, wie er aussehen soll. Das Hauptbauelement, um das es ja bei uns jetzt eigentlich geht, ist ja der Operationsverstärker. Den finden wir in der Bibliothek Analog. Das ist der hier. Wenn wir hier draufklicken, sehen wir schon, dass es hier Op-Amps gibt. Das ist so die amerikanische Notation, während man im Deutschen eher OP oder OPV sagt. Sagt man im Englischen gerne Op-Amp. Und hier sehen wir, es gibt ein 3-Terminal, es gibt ein 5-Terminal und es gibt noch eine ganze Unterbibliothek mit Op-Amps. Das muss man kurz erklären. 3-Terminal oder 3-Terminal ist ein Operationsverstärker. Wenn wir ihn einfügen, sehen wir auch, das Symbol passt wieder nicht. Jedenfalls ist das hier ein Operationsverstärker, der hat keine Betriebsspannungsquellen. Bei dem muss man nicht zusätzlich eine Betriebsspannung anschließen, sondern die wird im Operationsverstärkermodell selbst eingestellt. Das sind dann übrigens diese hier. Das ist was, was wir vielleicht in Zukunft jetzt nicht haben wollen. Wir wollen es mal richtig machen und benutzen bitte das 5-Terminal-Modell. Das hier ist ein idealer Operationsverstärker, der die entsprechenden Betriebsspannungsquellen hat. Beziehungsweise nicht die Quellen hat, sondern die Anschlüsse für Betriebsspannungen hat. Wichtig hierbei auch, das ist mal wieder ein Symbol, was amerikanischer Notation entspricht. Was wir auch sehen, wenn wir hier wieder reingucken. Hier haben wir wieder Symbol und können hier durchlaufen. Und finden dann auch hier wieder das Symbol europäischer Notation. Wobei das ein bisschen anders aussieht, als das, was ihr in den Videos kennengelernt habt. Das hat nämlich, anders als das amerikanische Modell, nicht die Betriebsspannungsquellen oben und unten. Also hier würde man jetzt OB plus erwarten, hier OB minus. Das machen die so, dass die diese Anschlüsse hier vorne rausführen. Das heißt, unten U plus ist die positive Betriebsspannung, also dieser hier. Und U minus ist die negative Betriebsspannung. Das ist hingegen das vom Grundsymbol her aber eigentlich das, was wir als Operationsverstärker verstehen. Nochmal, das hier ist tatsächlich auch europäische alte Norm, ist auch aktuelle amerikanische Norm. Das hier ist aktuelle europäische Norm. Deswegen bitte auch dieses Symbol verwenden. Vielleicht noch zur Vollständigkeit, wenn ihr hier in die Op-Amps reingeht, dann sind das hier nicht mehr ideale Operationsverstärker, sondern reale, die man kaufen kann. Das lassen wir erstmal raus, weil die haben gegebenenfalls noch viel mehr Anschlüsse und sind nicht diese vereinfachten Modelle, mit denen wir jetzt erstmal arbeiten wollen. Uns reicht hier dieses 5-Terminal-Model völlig aus. Also das müsst ihr bitte benutzen. So und jetzt nochmal als Erinnerung, bevor das schief geht. Wie gesagt, dieser Operationsverstärker hier braucht jetzt Betriebsspannungsquellen. Das könnte zum Beispiel so aussehen, dass wir hier so eine Betriebsspannung nehmen. Sagen, das ist eine Betriebsspannung. Ich sage mal, die soll jetzt, was weiß ich, einfach mal 10 Volt sein. Und dann muss ich die entsprechend hier auch verbinden. Also draufklicken, Linie ziehen. Ich habe jetzt hier den positiven Betriebsspannungsanschluss mit der Spannungsquelle verbunden. Jetzt brauche ich noch eine Spannungsquelle für die negative Betriebsspannung. Füge ich auch ein. DC Voltage. Gleiches Spiel wie eben. Man kann die hier auch kopieren. Habe ich jetzt nicht gemacht. Wählen wir das richtige Symbol aus, um es nochmal zu wiederholen. Und jetzt möchte ich hier eine negative Spannung drin haben. Und hier seht ihr einen Button. Mit dem kann man das Vorzeichen ändern. Und jetzt sage ich, das soll ein Minus 10 Volt sein beispielsweise. Ich verbinde das mit dem negativen Betriebsspannungsanschluss. Und bin noch nicht ganz fertig. Denn eine Sache fehlt auf jeden Fall immer noch. Nämlich die Masse oder Ground im Englischen. Das Ground-Symbol sieht im Englischen auch leicht anders aus. Das ist dieses hier. Aber ich denke, da kommt man leicht drauf, dass das hier wohl Ground sein soll. Aber das ist das, was wir im Deutschen als Masse verstehen. Können wir hier einfügen. Und auch hier finden wir höchstwahrscheinlich... Ne, da sogar nicht. Ich hätte jetzt gedacht, wir finden auch hier vielleicht das europäische Norm-Symbol. Nein. Wir müssen damit leben, dass Multisym Live das Ground-Symbol so darstellt. So weit, so gut. Fügen wir nochmal einen ein. So, und jetzt hätten wir unseren Operationsverstärker auf jeden Fall noch nicht ganz mit Betriebsspannung versorgt. Also achtet drauf, dass die Spannungsquellen auch geerdet sind, beziehungsweise auf Masse liegen auf einer Seite. Sonst geht das schief. Ja, die Beschaltung des OPs erfolgt jetzt eben über Widerstände. Und wenn wir später mal sowas machen möchten wie eine echte Simulation, dann müssen wir wieder dafür sorgen, dass wir beispielsweise eine Eingangsspannung erzeugen. Ich nehme jetzt mal zum Beispiel diese hier, auch hier. Norm-Symbol, ich sage mal, ich lege eine Eingangsspannung von irgendwas Krumm an. Ich nehme mal 300 Millivolt, warum auch immer. Jetzt baue ich mir eine Verstärkerschaltung auf. Die könnte beispielsweise, ich sage jetzt einfach mal so aussehen. Hier geht es jetzt gerade nicht ums Inhalt, es geht nur ums Handling. Also bitte nicht hinterfragen, was ich mir hier zusammenklicke. Das ist jetzt an der Stelle irrelevant. Also ich baue mir hier mal irgendeine Art von Verstärkerschaltung auf. Brauche noch ein Ground. Der soll hier irgendwo drüber. Geht auf den Ausgang. Irgendwelchen Werten. Der hier ist noch unbeschaltet. Wenn es ein invertierender Verstärker sein soll, muss da noch ein Ground hin. Hier, und jetzt merke ich, der liegt falsch rum. Ich kann ihn drehen. Hier gibt es so einen Rotate-Button. Also rotieren. Schließe das an. Und das ist tatsächlich schon ein invertierender Verstärker mit dem Verstärkungsfaktor minus 1, weil beide Widerstände gleich groß sind. Warum das so ist, müsst ihr euch dann bitte in den entsprechenden Videos angucken. So, und jetzt ist die Frage, wie simuliere ich hier eigentlich? So ist die Schaltung fertig aufgebaut. Die könnte man screenshotten. Und eine Simulation kann ich jetzt zum Beispiel machen, indem ich hingehe und sage, naja, ich muss erst mal sagen, welche Spannung möchte ich denn simulieren? Welche möchte ich mir angucken? Und dann könnte ich ja sagen, mich interessiert vielleicht die Ausgangsspannung des Operationsverstärkers. Die liegt hier. Wenn ich den Zugriff von Ausgangsspannung spreche, dann meine ich damit immer Spannung gegen Masse. Also genau genommen ist es das Ausgangspotenzial, aber man spricht üblicherweise von Ausgangsspannung. Also Spannung gegen Masse. Um mir das gleich anzeigen zu lassen, muss ich Tastköpfe setzen. Die findet ihr hier oben. Das ist so ein bisschen, wie wenn ihr mit einem Oszilloskop messen würdet. Da würdet ihr jetzt hier einen Tastkopf draufsetzen und würdet damit automatisch gegen Masse messen. Mit einem Multimeter wäre das so, dass ihr quasi den roten, also den, ich sag mal, plus positiven Anschluss beim Multimeter hier anschließt. Und den Common immer auf Masse legt. So, und das war es schon. Und jetzt können wir uns hier diese Spannung anzeigen lassen, indem wir hier einmal oben auf Play drücken. Jetzt loadet der, initialisiert, fängt es gleich an zu simulieren und zack, sehen wir, das Ding spuckt gerade minus 302 Millivolt aus. 300 tun wir rein, 302 kommen raus. Das Ding hat eigentlich ideal eine Verstärkung von minus 1, kommt ungefähr hin. Also leichte numerische Abweichungen werden wir hier immer finden. Und damit haben wir auch schon die erste Simulation in diesem Multisim Live gemacht. Und das Schöne ist, es gibt hier diesen, habt ihr vielleicht eben gesehen, hier stand Interactive, diesen interaktiven Simulationsmodus. Wir können jetzt nämlich hier reingehen und Parameter der Schaltung ändern. Ich kann zum Beispiel hier hingehen und sagen, ich drehe jetzt an der Spannung und gucke mal, was passiert. Und wenn ich das mache, sehe ich, dass hier die Ausgangsspannung entsprechend folgt. Das soll es an der Stelle auch tatsächlich erstmal schon gewesen sein, nur um einmal das grobe Handling dieses Programms gezeigt zu haben. Zwei Dinge vielleicht noch. Mit dem Windows Snipping Tool könnt ihr euch hier einen Screenshot ziehen, wenn ihr das wollt. Ihr könnt das hier auch exportieren tatsächlich. Ihr könnt das in Multi-SIM-File oder ihr könnt später mal Daten exportieren. Das kommt aber nächste Woche. Und ihr könnt, und das ist vielleicht zu empfehlen, das Ganze hier speichern in eurem Account. Wenn ihr hier auf Save geht, könnt ihr hier eben entsprechend was angeben. Ich sage mal, was weiß ich, Test-Schaltung. Und speichere das. Ich sage jetzt einfach mal Private, also soll nicht jeder sehen können. Schreibe irgendeine sinnlose Beschreibung oder auch nicht. Und kann das jetzt entsprechend hier speichern. Damit ist das Ding in meinem National Instruments Account gespeichert und ich kann da wieder drauf zugreifen. Jo, das war es an dieser Stelle.